Ihn lieben, ihn ehren und ihm folgen, bis dass der Tod erscheint. Ich will. Dann erkläre ich euch zu Mann und Frau. Küssen Sie Ihre Frau und Hörsinger. Nochmals vielen Dank. Meine Mutter wird froh sein, wenn sie ihr Vierter sein Arzt uns gefraut hat. Gehen wir. Gehen wir. Hast du es ihm schon gesagt? Nein. Jetzt ist die Gelegenheit dafür nicht schlecht. Ja. Auf Wiedersehen. Ein Jahr. Ihr müsst ein Jahr warten und das ist mein letztes Wort. Du wirst warten, bis du 18 bist, junge Dame. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Nein. Ich liebe sie.